So, Trevor und Michael vereint. Interessant. Ich habe eine große Böcke, die Jimmy, richtig? Ok. Nur in den Momenten, Amanda kommt. Sie sehen mich da. Ich habe nicht gefragt, wie du hast deine letzte Ounze der Maske. Ich wollte wissen, was du hast eine Jahrzehnte gemacht. Easy tea. Nicht tea, ich. Hey, wenn jemand braucht Kale, mein Freund. Ich bin außer Kale, okay? Es ist zu lange für Kale. Und seine Magical powers hat einen Effekt auf mich. Okay. Oder Yoga. Oder Talk-Therapie. Ich bin ein Kranker, Cannibalism, ein Kind von Kale. Oh, keine Angst, Tee. Sie würden das Gespräch und gehen direkt zum Schock-Treatment mit deinem Scheiß. Sie sind zu chillen, um meinen Namen zu sagen? Sie sind zu schmerzen? Sie sind zu schmerzen? Sie sind zu schmerzen? Sie sind zu schmerzen, Los-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos-Santos? Woh, Mann, du kannst nicht loslassen. Ich habe zehn Jahre wertvolle Spenden zu machen. Der Schmerzen, mein Freund, ist ein langer Weg weg. Hey, hey, hey! Was kamen Sie hier zu schauen? Ich kam hier zu schauen! Für dich! Und ich habe dich gefunden! Ja, du hast es. Ich weiß, wer du bist, Michael Townley. Du bist in einem neuen Ort, mit einigen neuen Freunden und ein früttiger Habit. Aber du bist immer mein Rennung-Buddy. Du kannst das nicht ausführen! Ja, 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 sicher, okay, egal. Great! Hey, willst du diese Audition sehen oder nicht? Gut, die sind fertig. Dann könnt ihr ja weitermachen. Juhuhu! Ich finde den Sprecher echt gut. Vor allem Trevor. Vor allem, wie er sich immer so schränkt. Oh, dieser Scheiß-Busch! Er muss nicht immer die Zähne zusammenbeißen, wenn er redet. Oh, sag mal, das kann doch nicht wahr sein hier. Mach mal einen Platz hier. Prinz Trilo ist da. Prinz der Let's Plays. Und, äh, diese Lampe wird nicht mehr benötigt. So. Abbiegen. Ach du Scheiße, kommen wir dir in den Laster. Okay, das ist jetzt. Die Maze-Bank Arena. Lass uns ihn finden. Oh! 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 Let's find your baby! You can't park there! Produktion-Vehicles only! Ach, Halsmaul. Ihr könnt dort nicht parken. Produktions-irgendwas- Oh, äh, nur. Ach du Scheiße. Das ist so typisch das DOS. Der ist nur ein bisschen übertrieben. Wie? Wenn das jemand versucht, zu entwickeln eine Trend, er fällt. Komm schon, du Scheiße! Ach, das Host, Mann. Er ist wie eine irgendwelche Tv-presenter- Bitter-ass-fuckin-Vinegar. Und wo die Frau sind sie? Hallo, Herr. Kann ich bitte nennen Sie? Wo ist Tracy Townley, hä? Tracy-Fuckin-DeSanta-Fuckin! Schöne das! Wo ist Laszlo? Es ist nicht wichtig. Please be quiet! Sch! 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 All right! Ja! Das war wirklich... All right! Das ist die Audition, Fame oder Shame! Sezen 14, hier in Vinewood, San Andreas. Coming up next, ist Tracy-DeSanta. Judges, Tracy-DeSanta. Ja. Hi! All right! Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's... That's beautiful! You're so original, like a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great! Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's fame or shame for Tracy-DeSanta. Music! When I came home last night, You wouldn't make love to me, You went faster, Ah! You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy gave me, honey. I'm so crazy. Oh! The Dows, it's top of twenty in this. Oh! Are you fucking something about this? Uh-uh, that's enough. Oh! Oh! I said that's enough! Oh! 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 Hey! I got security! Security! What'd you fucking say? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on, you little shit! Go home! Right now, Tracy! Hey! Where are you running off to? Oh! 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 I 먹어� your truck! He? Oh! He's not a fan! Uh huh. Haha. Haha! We're running that prick down. Really, extrem humility! We gotta go to the left! Uh可... How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise the daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting! Yeah, thanks for the fucking feedback! Das bedeutet viel Glück von dir. Niemand wird in den Weg des großen Rigs. Wir werden diesen Scheiß-Bak. F***er Lassler. Ich wusste, dass er ein Scheiß. Juste ihn aus der fucking Straße. Es ist nur eine Batterie-Karte. Komm schon. Das ist nicht genau ein Racer. Du bist gleich ab. Hab ich mir schon fast gedacht. Nein! Oh. Oh. Holy Moses. Der kleine Bastard ist durch die Trenstraße. Wir können ein wenig Spaß mit ihm. Aber wir versuchen nicht, den Bruder zu töten. Wenn wir diesen kleinen Auto kratzen, wer weiß, was zu ihm passiert wird. Okay. Ich sehe ihn noch. Hm. Was haben wir ihn wieder? Ich wusste, dass die Stadt voll von Douchbag-Bak. Oh. Haben die die Strecke absichtlich gewählt? Das ist ja schlimm. Können wir ihn ein wenigstens? Huh? Vielleicht indem wir deine Karte auf die Seite auf die Seite. La 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 Nach links? Nach links? Ja, nach rechts. Du kannst nicht genug von den Celebrities, kannst du? 10 Minuten in L.S. Hör auf! Der Kuckstucker könnte bekannt sein, aber... Alter... Das ist aber nicht einfach. Okay, der hat ein Problem. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du hast nicht aus Batterien? Ich habe nichts über alles, okay? Oh ja? Das kleine Mädchen sat auf meiner Lapp, als sie zwei Jahre alt war. Und ich habe Gott, dass ich die fucking skinne aus würde, jemanden der fucking falsch verletzt hat! Ich bin nur ein dummer A-list-Celebrity, die versuchen, zu enttäuschern Amerika, okay? Ich habe ein bisschen was zu tun jetzt, vor allem, dass du mich zu töten. Jetzt habe ich mehrere Fähigkeiten von Sexual Harassungen, plus ich bin ein Adikt, okay? Und ich habe Relapsed. Ich kann nicht stoppen, Mann. Ich bin im Traffekt. Was ist dein Talent? Ich meine, außerhalb von Love & Sax? Mann, hast du gesehen, meine Show? Es ist nicht live, es ist nicht lustig. Das ist mein Genie, ich habe keine Talent. Du wunderschön nicht, Tee. Du sprichst dein Punkt. Das ist deine Frau. Du solltest du den Fähig von der Fähig von der Hände von diesem Mann! Und du! Pants. Auf. Okay. Da geht's. Okay. What are you doing? Now, ich will, dass du sechst, Celebrite. Ich brauche Musik, oder? Are you trying to fucking annoy me, huh? Ich will dance. Good. Okay. Okay, now drop it like it's hot, okay? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. Alright, alright. Come on, get up. Take off. Go, now. Before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for nine years, huh? Oh shit. Oh yeah. Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory soon as you can get there. Okay. I got to talk about it. No. We're going out of the house right now. We have to talk. Freunde, das hat man gerade festgestellt. Huch, Lester. Hey, Lester. Mike, hey, ich habe deinen Koffer aus der Joule-Store in deinem Account. Madrazo hat bereits das Hausgeld, also kannst du schnell dort sitzen. Ah, danke Gott für das. Sehr gut. Oh, da hat er 60.000. Nice. Wie hat man so jetzt Cash? Das finde ich besonders gut. Das bedeutet, wir machen erst mal was anderes. Speichern. Wo ist der nächste Speicherpunkt? 50 Jahre entfernt. Und was ist das? Der Psychiater. Natürlich, da machen wir auch noch hin. Speichern. Ich brauche Speichern. Was ist denn das? P? Durch den Auto. Laufjahr hat ein Stück. Ach, dauernd bestehen. Das ist wirklich nicht schlecht gewesen, also ich fand es interessant. Shit, da werden die Cops gerufen mit dem Taxi. Der Taxi-Klau. Nehme ich mal halt ein Lasterhänden. Muss ja nur zum Unterschlupf kommen. Ja, was ist denn das? Müllkipper? Ein neuer Konto auszuglickt für sie bereit. Schalalala. Ach du Scheiße. Ich bilde die City. Ne, um Gottes Willen. Das ist, äh, GEMA. Ich bilde die City. Ich bilde die City of Walk and Walk. Alter, habt ihr das gesehen? Der ist voll rausgefahren. Der hat mir über die Vorfahrt genommen. Nee, 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 nee. Boah. Alter. Ja, gleich sind wir, gleich sind wir da. Oh, guck mal. Deutsche Bahnzug. Ich muss mal kurz ein gutes Lob aussprechen an die Deutsche Bahn. Also, was die da leisten. Das ist, finde ich super. Aber deine Zahlung... Ja, bitte deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem Gehalt den Glanz erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zitternd im Wort stehst. M.M. Michael Myers. Ja, Betäubungsgaslieferung kann... Äh, ist eigentlich relativ egal. Weil, das haben wir ja schon erledigt. Bin gespannt, wann unser nächster großer Coup stattfinden wird. Denn, denke ich mal... Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ich gehe jetzt speichern. Und ich sage... Na ja, ich gehe lieber erst mal rein und sage, dann danke fürs Zusehen. Vielleicht passiert ja noch... Brauchst du jetzt nicht ein Whisky? Nein. Brauchst du jetzt nicht ein Whisky? Ist hier speichern? Ne. Hier ist speichern, ne? Ne. Wo sind denn speichern hier? Da? Kann man da speichern? Ja, da kann man speichern. So, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, da kann man da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020